Prima, und jetzt lauft ihr beide nochmal gemeinsam eine Runde, ihr seid die beiden Journalisten heute und dann gucken wir mal, wer heute der Sieger wird. So, das sind zwei ganz begabte Juniorhändler und gewinnen kann heute nur einer, lauft mal weiter. Super Gewinner ist heute der Schad Kolski, die Aline, die hat das ganz toll gemacht, du hast einen ganz tollen Freund.